Stopa Anlagenbau GmbH Wie aus Technologie Anspruch wurde. Unsere Unternehmensgeschichte reicht bis ins Jahr 1844 zurück. Doch beginnen wir hier im Jahr 1963 mit dem Baubeginn einer neuen großen Werkhalle, in der am 1. Juli 1965 die Produktion aufgenommen wurde. Einer Umfilmierung zur Stopa Stahlbau GmbH und CoKG folgte eine Fokussierung auf die Produktion von stehlenden Lagersystemen. Im Jahr 1994 fingen wir mit der Konstruktion von Parksystemen an, die ab 2001 unter der Filmierung stolzer Parkhaus GmbH vertrieben wurde. Wolfgang Kienzler nahm 2006 seine Tätigkeit als Geschäftsführer auf. Die Software für all unsere Anlagen wird bei uns in-house entwickelt und für Sie abgestimmt. 2015 feierten wir 50 Jahre Stopa Jubiläum. Heute ist die Stopa Anlagenbau GmbH als unabhängiges Mittelstandsunternehmen international erfolgreich vertreten und bekannt. Wir bieten Ihnen eine bedarfsorientierte Projektberatung, führen passgenaue Planungen durch und konstruieren an unserem Standort in Gamshorst bei Aachan. All unsere Leistungen werden von aktuell über 200 professionellen Mitarbeitern erbracht. Deutsche Wertarbeit und Zuverlässigkeit haben bei Stopa Tradition. Unsere Lagersysteme stehen auf der ganzen Welt, werden von uns aktiv in derzeit 33 Ländern vertrieben. Stopa Lagersysteme werden für Sie maßgeschneidert und entfalten in Ihrem Unternehmen Ihre maximale Effizienz. Individuelle Ausstattungs- und Leistungsmerkmale bieten wir Ihnen in unseren Modellen Stopa Kompakt, Eco, Flex, Mono und Universal. Auf einer Produktionsfläche von ca. 13.000 Quadratmetern produziert unser Team von über 200 Mitarbeitern primär Lagersysteme für alle Sorten von lagerfähigen Gütern mit Fokus auf Blechen und Langgutmaterialien. Wählen Sie nach dem Bedarf Ihrer persönlichen Palettenformate, der Nutzlast und gewünschten Hubgeschwindigkeit oder nach der Anzahl an gewünschten Lagerplätzen. Wie bereits erwähnt, unsere Parksysteme der Marke Stolzer bieten Ihnen ein vollautomatisches Parken von Fahrzeugen, ökonomisch, ästhetisch, sicher und ökologisch. International sind wir mit unseren Parksystemen vertreten. Seit 50 Jahren verstehen wir die interne und externe Zusammenarbeit als eine Verbindung, die uns zusammenhält. Wir bieten und schätzen eine kompetente Partnerschaft. Offenheit und Respekt wird von uns gegeben, jedoch auch erwartet. Gemeinsam vereinbarte Ziele und eigenverantwortliches Handeln stehen bei uns hoch im Kurs. Langjährige und neue Mitarbeiter erleben bei uns eine fachliche und persönliche Entwicklung. Vorbildhaftes Verhalten, geprägt von gegenseitigem Vertrauen, wird hier gelebt. All dies ermöglicht es uns, gemeinsam mit Ihnen in die Zukunft zu schauen. 50 Jahre Stopa Melden Sie sich gern und jederzeit bei uns. Oder laden Sie unsere Fachleute zu sich ein. Wir sind für Sie da. Stopa Caridio Image und Eventfilm Produktion Untertitelung des ZDF für funk, 2017